Wuhuuu! Wuhuuu! Hehehehe! Das link ist los. Das link ist los. Ich glaub das ist das letzte Mal. Franz? Da war noch eins! Ey Mama! Das war hier in der Mitte. Man sollte die Schale nicht auf sich ausgeben. Richtig für dich. Wer hat schon selber Pfunde? Ich glaub das ist immer noch zu viel. Ich auch. Ich hab das Gefühl das sind gar nicht weniger. Ich habe auch dabei. Ich bin noch mal rein. Ja, ich hab das schon. Ich bin noch kurz dran. Aber ich bin noch nicht hinterher. Aber ich hab die Schale nicht zu dir. Wenn man mehr als 2 Pfunden kriegt, was ein Eif ist. Ja, eine Länge oder eine Breite? Papa! Da war einer und der ist weg. Weil die Mutter zu langsam vorbei ist. Einfach hochziehen. Kann man auf. Geht es? Ja. Wenn man dran hängt. Du sollst mal rein. Na ja. Und da ist das reingegangen. Dann muss man dabei gehen. Hallo Steffi. Feierabend. Erfolgreich und Goldmacht. Ja, ich mach es. Hehehe. 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 Hehehe.